ja so leute herzlich willkommen zum neuen video über ultra fireworks heute für euch ein kleines info video und zwar geht es um die vier advents specials die ich machen werde ich habe mir überlegt vier advents specials zu machen mit jeweils unterschiedlichen artikeln unter anderem ein ultra heftiges raritäten special eine einkaufstour in die metro und so weiter und so fort ja hier liegen ein paar artikel die unter anderem gezündet werden ihr seht schon richtig coole sachen mit dabei richtig dicke grau lunte superballer 2 auch aktuelles so alles dabei ja und an dieser stelle wünsche ich euch einfach viel spaß wird am sonntag folgen zum ersten advent und dann wird jeden sonntag bis zum heiligabend 1 special folgen dankeschön und haut rein ciao